Was glaubt Leute, es gibt eine brandneue Episode mit mehr Cuphead. Viel Spaß damit! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist denn, Alter? Mann, 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 das kann nicht so schwer sein. 20 Minuten später. Okay. Das Ding da. Okay. Also zack und zack, gleich weiter, gleich weiter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zeit, wir haben noch ein Endgegner am Ende, ne? Ich schätze, wir haben es einfach mal gemacht. Wäre auch zu einfach, da als einfach am Ziel zu sein, nachdem ihr über diese scheiß Dinge da springt, ne? heutige edition wird übrigens präsentiert von swedish fish braucht echt eine halbe stunde für eine würde looking good, looking bad, died come on nice and easy lemon squeezy jetzt hör auf nein drei läden wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schaue ich sie okay, okay, okay oops okay, okay, okay ich schätze ich habe es nie okay okay, okay, okay Ich habe es geschafft. Danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat und lasst mir Kommentare da, wenn ihr irgendwelche Spiele kennt, die ich mal zocken soll. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace! Bis zum nächsten Mal.